Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Grünen wählen, weil wir für eine globale Verantwortung stehen. Wir wollen den Klimaschutz wirklich herstellen. Wir wollen verhindern, dass unser Planet schwerste Schäden erleidet, weil das bedeutet auch, dass wir wieder mehr Flüchtlinge haben, Klimaflüchtlinge. Aber wir müssen auch einen anderen Wohlstandsausgleich zwischen Europa und Afrika schaffen, ohne die Interessen unserer Bürger gering zu schätzen. Und deswegen müssen wir in Europa eine Politik machen, die den Weltmarkt reguliert, die digitale Revolution angemessen reguliert. Davor haben ja viele Leute Angst. Und die Grünen sind die einzige Partei, die da wirklich ein klares Konzept haben. Deswegen Grün wählen.